Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kreuthofer Lag, Kapitel 18, das Vergehen des Traums, Nummer 3, das Licht im Traum, Seite 378 bis 380. Du, der Du Dein Leben damit zugebracht hast, die Wahrheit der Illusionen und die Wirklichkeit der Fantasie zu überbringen, Du bist den Weg der Träume gegangen. Denn Du bist vom Wachsein in den Schlaf gegangen und immer weiter in einen noch tieferen Schlaf hinein. Jeder Traum hat zu anderen Träumen geführt und jede Fantasie, die ein Licht in die Finsternis zu bringen schien, hat nur die Finsternis noch tiefer gemacht. Dein Ziel war Finsternis, in die kein Lichtstrahl dringen konnte. Du hast eine so vollständige Schwärze gesucht, dass Du Dich für immer vor der Wahrheit verstecken könntest, in vollständigem Wahnsinn. Was Du dabei vergessen hast, ist nur, dass Gott sich selber nicht zerstören kann. Das Licht ist in Dir. Die Finsternis kann es zwar bedecken, aber nicht auslöschen. Wenn das Licht näher kommt, wirst Du in die Dunkelheit eilen und vor der Wahrheit zurückschrecken, wobei Du Dich manchmal auf die schwächeren Formen der Angst und manchmal ins blanke Entsetzen zurückziehst. Du wirst jedoch fortschreiten, weil Dein Ziel das Fortschreiten von der Angst zur Wahrheit ist. Das Ziel, das Du akzeptiert hast, ist das Ziel der Erkenntnis, für das Du Deine Bereitwilligkeit kundgetan hast. Die Angst scheint in der Finsternis zu leben und wenn Du Angst hast, hast Du einen Schritt zurückgetan. Wir wollen uns dann rasch in einem Augenblick des Lichts verbinden und er wird ausreichen, um Dich daran zu erinnern, dass Dein Ziel das Licht ist. Die Wahrheit ist Dir entgegengeeilt, weil Du sie angerufen hast. Wenn Du erkennen würdest, wer neben Dir geht auf dem Weg, den Du gewählt hast, wäre Angst unmöglich. Du erkennst es nicht, weil die Reise ins Dunkel lang und grausam war und Du tief hineingegangen bist. Ein kleines Blinzeln Deiner so lange geschlossenen Augenlider hat noch nicht ausgereicht, Dir Vertrauen in Dich selbst zu geben, der so lange verachtet ward. Du gehst der Liebe entgegen und hasst sie immer noch und fürchtest Dich entsetzlich vor ihrem Urteil über Dich. Und Dir ist nicht klar, dass Du nicht vor der Liebe Angst hast, sondern nur vor dem, was Du aus ihr gemacht hast. Du gehst voran zur Bedeutung der Liebe und fort von allen Illusionen, mit denen Du sie umgeben hast. Wenn Du Dich in die Illusion zurückziehst, vermehrt sich Deine Angst, denn es bestehen kaum Zweifel daran, dass das, was sie Deiner Ansicht nach bedeutet, furchterregend ist. Doch was heißt das schon für uns, die wir sicher und ganz schnell von der Angst wegreißen? Du, der Du Deines Bruders Hand hältst, hältst auch meine, denn als Ihr Euch verbandet miteinander, da wart Ihr nicht allein. Glaubst Du, ich würde Dich im Dunkeln lassen, dass Du einverstanden warst, mit mir zu verlassen? In Deiner Beziehung liegt das Licht dieser Welt, und die Angst muss jetzt vor Dir verschwinden. Sei nicht versucht, Deinem Bruder die Gabe des Glaubens zu entreißen, die Du ihm angeboten hast. Es wird Dir nur gelingen, Dich selber zu erschrecken. Die Gabe ist für immer gegeben, denn Gott selbst hat sie empfangen. Du kannst sie nicht zurücknehmen. Du hast Gott angenommen. Die Heiligkeit Deiner Beziehung ist im Himmel begründet. Du verstehst nicht, was Du akzeptiert hast, doch erinnere Dich daran, dass Dein Verständnis nicht notwendig ist. Das Einzige, was nötig war, war bloß der Wunsch, zu verstehen. Dieser Wunsch war das Verlangen, heilig zu sein. Der Wille Gottes ist Dir gewährt. Denn Dein Verlangen gilt dem Einzigen, was Du je hattest oder jemals warst. Jeder Augenblick, den wir gemeinsam verbringen, wird Dich lehren, dass dieses Ziel möglich ist und wird Dein Verlangen stärken, es zu erreichen. Und in Deinem Verlangen liegt sein Erreichen. Dein Verlangen steht jetzt in vollständigem Einklang mit der ganzen Macht des Willens des Heiligen Geistes. Keine kleinen, stockenden Schritte, die Du unternehmen magst, können Dein Verlangen von seinem Willen und von seiner Stärke trennen. Ich halte Dich so sicher bei der Hand, wie Du einverstanden warst, Deinen Bruder an der Hand zu nehmen. Ihr werdet Euch nicht trennen, denn ich stehe bei Euch und gehe mit Euch in Eurem Fortschreiten zur Wahrheit. Und wohin wir gehen, tragen wir Gott mit uns. In Deiner Beziehung hast Du Dich mit mir darin verbunden, den Himmel dem Sohn Gottes zu bringen, der sich in der Dunkelheit versteckt hat. Du warst gewillt, die Dunkelheit dem Licht zu überbringen. Und diese Bereitwilligkeit hat jedem, der in der Dunkelheit bleiben möchte, Stärke gegeben. Die sehen möchten, werden sehen. Und sie werden sich mit mir verbinden, um ihr Licht in die Dunkelheit zu tragen, wenn die Dunkelheit in ihnen dem Licht angeboten und für immer beseitigt wird. Mein Bedürfnis nach Dir, der Du mit mir im heiligen Licht Deiner Beziehung verbunden bist, ist Dein Bedürfnis nach Erlösung. Würde ich Dir denn nicht geben, was Du mir gegeben hast? Denn als Du Dich mit Deinem Bruder verbandest, hast Du mir Antwort gegeben. Du, der Du jetzt der Bringer der Erlösung bist, hast die Funktion, Licht in die Dunkelheit zu bringen. Die Dunkelheit in Dir wurde dem Licht überbracht. Trag es in die Dunkelheit zurück, aus dem heiligen Augenblick heraus, dem Du sie überbracht hast. Wir werden ganz gemacht, in unserem Verlangen ganz zu machen. Lass Dich nicht von der Zeit beunruhigen, denn alle Angst, die Du und Dein Bruder empfindet, ist in Wirklichkeit vergangen. Die Zeit wurde angepasst, um uns dabei zu helfen, gemeinsam das zu tun, was Eure separate Vergangenheit verhindern wollte. Ihr seid über die Angst hinausgegangen. Denn kein Geist kann sich mit einem anderen im Verlangen nach Liebe verbinden, ohne dass sich die Liebe mit ihnen verbindet. Es gibt kein Licht im Himmel, das nicht mit Dir geht. Kein Strahl, der ewiglich im Geiste Gottes leuchtet, der nicht auf Dich leuchtet. Der Himmel ist in Deinem Fortschreiten zum Himmel mit Dir verbunden. Wenn solch große Lichter sich mit Dir verbunden haben, um dem kleinen Funken Deines Verlangens die Macht Gottes selbst zu geben, kannst Du dann noch im Dunkel bleiben. Du und Dein Bruder kommt gemeinsam heim nach einer langen und bedeutungslosen Reise, die jeder für sich unternommen hat und die nirgendwohin führte. Und von diesem Licht aus werden sich die großen Strahlen rückwärts in die Dunkelheit und vorwärts bis zu Gott ausdehnen, um die Vergangenheit hinweg zu leuchten und so Platz für seine ewige Gegenwart zu machen, in der alles im Licht erstrahlt. Untertitelung des ZDF, 2020